hallo zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren katzen video es ist einfach immer der klassiker ich bin gerade zurück von meinem live stream aus münchen also wir haben mit intel zusammen für euch einen live stream gemacht wo wir ein bisschen fragen gestellt haben zum 12900k und da kam einfach immer noch ganz viel das thema e-cores und p-cores auf und ich habe vorab schon vor launch relativ viel testing gemacht so wie es eigentlich die performance von den e-cores einzuordnen und will euch das ein bisschen was zeigen wie man diese teile cool nutzen kann weil ich weiß nicht ob ihr prozess lasso kennt process lasso eigentlich richtig ausgesprochen wahrscheinlich es ist ein mega cooles tool damit werden wir heute mal so ein bisschen was ausprobieren unser heutiges hardware wandel besteht aus dem msi z96 unify x das ist quasi das overclocking board von msi sehr schönes ding ich habe mit dem wandel hier schon eine overclocking anleitung gemacht das kommt auch in den nächsten tagen da muss ich noch ein bisschen arbeit rein stecken ein paar so grafen erstellen weil da wollte ich ein bisschen erklären wie die cpu aufgebaut ist was die spannungen zum beispiel betrifft das habe ich noch so ein bisschen vermisst in den bisherigen videos das kommt dann demnächst online ansonsten 5200 c36 drauf nichts besonderes der 12900k hier drauf läuft aktuell 5,1 gigahertz auf den p-cores und 4,2 gigahertz manuell übertaktet auf den e-cores und jetzt werfen wir gleich einen blick auf prozess lasso vorher reden wir aber noch kurz über den sponsor des heutigen videos denn dieses video wird unterstützt von unserem partner letyshops mit dem wir schon ganz oft zusammengearbeitet haben das ich selber auch schon ich weiß gar nicht wie oft benutzt habe seht ihr auch hier in meinem portal ich habe mir letztes jahr mal 300 euro ausgezahlt habe immer noch 80 euro offen die sollte ich mir auch mal auszahlen hat mir zum beispiel im mai mal hdds bestellt bei saturn und da schon alleine 63 euro zurückbekommen und ich weiß viele von euch fiebern dem black friday entgegen und natürlich könnt ihr bei black friday sicherlich bei vielen aktionen geld sparen mit letyshops aber eigentlich bei jeder bestellung aktuell hat dedyshops eine black november aktion laufen ihr könnt damit bis zu fünffachen cashback bekommen das heißt bei einer bestellung statt 10 euro dann entsprechend 50 euro zurück zum beispiel hier bei saturn funktioniert es wunderbar und habe ich eine ssd gefunden die schon ein echt guter deal ist hier ein terabyte externe samsung ssd für 88 euro und wenn ich die jetzt bestelle dann bekomme ich darauf noch mal fünf prozent rabatt und das ist preislich auf jeden fall absolut unschlagbar alle 25 euro bekommt ihr außerdem noch einen verlosungsschein weil die verlosen in diesem monat relativ krasse preise findet ihr dann alles auf der website den einfachsten überblick habt ihr auch wenn er das ganze einfach als browser extension bei euch hinzufügt mehr findet ihr über den link unten in der beschreibung hier haben wir jetzt unser setup ich habe schon mal ein cinebench gemacht den single run wollen wir uns das auch fürs video nicht anschauen wir machen noch mal kurz ein multi ihr seht auch hier temperaturtechnisch ist es so ein bisschen am limit also viel mehr kann man der cpu auf jeden fall nicht zumuten als 512 1,34 zumindest mal für cinebench nicht aber einfach mal damit wir natürlich den vergleich haben damit wir gleich den cinebench r20 nämlich auf den e-course laufen lassen können das ist nämlich mein vorhaben das geht mit prozess lasso einfach process lasso nämlich ultra elegant so knapp 11.000 punkte multi 750 knapp im single und hier haben wir jetzt process lasso ihr könnt euch das so ein bisschen wie ein extrem intelligenter task manager vorstellen wo ihr eben alles so sehen könnt hier in dem log was passiert denn auf dem auf meinem system auch in welcher konfiguration zum beispiel dann cinebench läuft cinebench habe ich im hintergrund noch offen zumindest mal einfach die anwendung das seht ihr dann hier und da könnt ihr dann so sachen machen wie cpu affinity also zu welchen kernen soll das zugeordnet sein oder wie sieht die priorität aus das ist nämlich auch relativ interessant ich weiß gar nicht warum das windows 11 macht aber bei mir ist zumindest mal die priority class ist auf below normal also solche sachen die kann man hier dann auf jeden fall immer ändern könnt ihr dann auch auf always machen das also wenn ihr current macht dann stellt das natürlich jetzt nur einmal ein schließt das programm dann ist es wieder weg aber wenn ihr sagt ich will eigentlich immer dass das mindestens bei above normal oder high läuft für die beste performance dann könnt ihr das hier so einstellen was natürlich mega cool ist dass wir jetzt hier auf always gehen können und sagen okay wir wählen jetzt einfach mal hier irgendwas aus und bei options und cpu cpu affinities hier haben wir jetzt cinebench drin und wenn ihr das jetzt anklickt hier dann also doppelklickt dann habt ihr hier oben den cinebench drin stehen und da könnt ihr jetzt sagen okay wir nehmen jetzt einfach mal alle pi kerne raus also die ersten 16 threads hier das sind unsere pi kerne also jeweils immer ein kern und dann ein thread quasi also der der smt ht thread das sind dann immer die zwei zusammengehörigen und die letzten acht die hier sehen könnt das sind unsere e course dann machen wir add to list und so können wir jetzt einfach windows dazu zwingen cinebench nur auf den e course laufen zu lassen das dauert es natürlich ein bisschen länger und dann sind wir gleich zurück wenn zumindest mal der single threaded run durchgelaufen ist also ihr werdet überrascht sein wenn man sich die e course quasi exklusiv anschaut und dann mal vergleicht mit cpu's die es so an sich normale cpu's gibt dann ist die performance tatsächlich schon sehr überraschend was ich zu process lassen noch kurz sagen wollte ist ich habe das tool vor vier fünf jahren mal entdeckt bei einer hw bot challenge als wir den cpu test mit einer anderen cpu affinity machen mussten als den 3d test und das konnte man über die unterschiedlichen prozesse über das log einfach ultra elegant machen deswegen ist ein sehr cooles tool kostet 20 euro es gibt auch eine freeware davon also man muss nicht unbedingt die pro version nehmen ich weiß aber nicht genau weil ich die lizenz jetzt schon seit vielen jahren habe ich weiß nicht genau was jetzt der unterschied zwischen der der freeware quasi ist und der pro version vielleicht braucht ihr das gar nicht vielleicht müsst ihr es gar nicht bezahlen falls ihr es probieren wollt wahrscheinlich ladet das mal runter und probiert das mal aus was man damit alles machen kann bevor man das jetzt blind kauft und was ich noch hinzufügen wollte ist wenn man das installiert dann gibt es da auch so vordefinierte ja optimierungsprofile die da drin sind und das nennt sich dann irgendwie bitsum pro balance und das ändert auch so die cpu priorität von prozessen im vordergrund und hintergrund das würde ich tendenziell aber erstmal deaktivieren also ich deaktiviere das auch immer wenn ich das installiere weil ansonsten wisst ihr nicht genau was die software so mit eurem system macht lieber alles manuell einstellen und probieren dann seid ihr auf der sicheren seite also nicht dass ihr dann überrascht seid wenn ihr das verwendet das solltet ihr auf jeden fall deaktivieren r20 single ist durchgelaufen und ihr seht schon mal 420 punkte ich helfe euch gleich das einzuordnen es läuft noch multi wir schauen mal kurz in hardware info rein denn das ist auch relativ interessant einfach mal zu schauen wie ist denn die temperatur wenn die p-cores so gut wie nichts machen natürlich kümmern die sich gerade um alles was im hintergrund läuft logischerweise aber man sieht auch die e-cores wenn man die alleine auslastet und die laufen bei 4,1 gigahertz 1,34 volt circa dann bleiben die sehr sehr kühl die haben nicht mal 60 grad celsius das liegt natürlich daran weil jetzt relativ viel fläche noch raum vom silizium übrig ist und dann lassen die sich relativ gut kühlen ja wenn wir uns jetzt die leistung anschauen dann sehen wir die single leistung die ist auf dem gleichen level wie ein 7700 k die multi core leistung liegt sogar darüber und die liegt circa auf dem level von dem ryzen 7 1700 x wir haben ja von intel zum launch diesen schönen aufsteller hier bekommen ist ja ein hoch skalierter die shot einfach das schöne ist das verhältnis ist ja korrekt das heißt wir können ganz einfach mal mit dem lineal so ein bisschen die kerngröße ausmessen also wie groß ist jetzt ein p core das hier ist ein p core versus ein e core dieses kleine ding hier und dann können wir rückschlüsse ziehen wie viel performance haben wir pro fläche durch die e-cores versus die p-cores und durch diese mathematisch hoch anspruchsvolle rechnung konnte ich jetzt feststellen dass ein e-core circa 22 prozent der fläche eines p-cores hat nagelt mich jetzt nicht darauf fest das kann auch 20 oder 24 prozent sein ist jetzt nicht so genau gemessen auf jeden fall wir haben circa ein viertel der größe würde ich mal sagen also ein viertel bis ein fünftel der größe aber ein drittel der leistung und das ist natürlich schon relevant bei der anzahl der kerne macht es einen riesen unterschied vor allem wenn man über multithreading redet dann ist es auf jeden fall sehr sehr schlau die e-cores zu verwenden weil die eben auf den platz gerechnet eine höhere leistung haben als die p-cores und effizienter sind und das macht natürlich die ganze cpu insgesamt effizienter das heißt wenn man jetzt nicht unbedingt acht p-cores braucht macht es wahrscheinlich sogar sinn dann vielleicht auch nur sechs p-cores zu haben und dafür dann 16 e-cores aber wir wissen ja auch schon anhand von den ersten paar leaks die man zu der dreizehnten generation schon weiß dass intel das auch wahrscheinlich genauso machen wird zumindest mal dass wir wahrscheinlich 8 p-cores weiterhin haben werden aber dann 16 e-cores und multithreading technisch bin ich mir ziemlich sicher dass das zukunftstechnisch die beste idee ist apropos beste idee wahrscheinlich auch eine dumme idee beziehungsweise ich bin mir nicht so ganz sicher ich werde das system mal kurz umbauen auf eine 3080 ti weil aktuell 1050 damit reißen wir nichts aber 3080 ti und dann schauen wir mal was passiert wenn wir mit process lasso ein spiel auf die e-cores schieben so 3080 ti ist drin die hängt dann natürlich so ein bisschen lose deswegen habe ich da noch so ein bisschen support gegeben hat die da noch ein bisschen abgestützt von unten und jetzt machen wir erstmal noch den ersten test natürlich mit den p kernen beziehungsweise einfach stock also zumindest mal verwenden wir die stock kern konfiguration die cpu läuft natürlich weiterhin übertaktet wie gerade eben so ganz kurz remnant from the ashes 1440p ist also ich sag mal eine ganz typische gaming auflösung 4k wäre natürlich die last ganz bei der gpu dann wird der unterschied wahrscheinlich noch kleiner ausfallen aber wir liegen jetzt hier bei meinem typischen benchmark parcours so bei circa also knapp unter 200 fps durchschnittlich und circa 120 beim one percent low jetzt wieder process lasso geöffnet ich habe es einfach nach cpu auslastung sortiert da sehen wir das spiel am einfachsten hier remnant win 64 cpu affinity machen wir zu der always dann gehen wir wieder hier oben über optionen cpu cpu finities jetzt hier remnant from the ashes und dann nehmen wir das mal komplett von den p course runter add to list schauen was passiert so und jetzt soll man noch einer sagen dass die e course nix können natürlich sind die ein gutes stück langsamer das haben wir im cineband schon gesehen logischerweise kann das jetzt nicht die gleiche performance haben aber man kann es zocken ihr könnt man kann rein theoretisch zu 100 prozent auf den e course zocken ist natürlich vom game abhängig von der grafikkarte abhängig vom setting abhängig aber ich meine schaut euch an wir haben jetzt 120 fps durchschnittlich 70 ungefähr one percent low das ist in dem rahmen das fühlt sich absolut super an zum zocken mega also ich habe gedacht das wäre schlimmer tatsächlich bin ich selbst überrascht wie gut es funktioniert und ich hatte auch gerade hardware info offen während remnant from the ashes lief und das ist die peak leistungsaufnahme 66 watt hatten wir gerade leistungsaufnahme klar lief nicht auf dem p course aber da ist halt echt nicht viel maximale cpu package temperatur 53 grad celsius obwohl die cpu übertaktet ist die läuft ja immer noch auf 5 1 auf dem p course seht ihr übrigens auch relativ gut also nur dass ihr wisst es ist kein bullshit das spiel ist im hintergrund immer noch offen habe es minimiert oder seht ihr die e course die sie nicht mal zu 100 prozent ausgelastet aber ihr seht das die p course ist natürlich relativ wenig machen weil ich die kommentare eben vor allem in meinem discord hatte ich ein paar so diskussionen über die e course und p course ich bin starker verfechter davon ich denke das ist auch so ein bisschen die zukunft so zu differenzieren verschiedene typen an kernen anzubieten weil es absolut sinn macht weil man den p core nicht verschwenden muss um darauf discord oder halt chrome laufen zu lassen oder sowas aber wenn euch jemand noch mal sagt die e course werden krüppelkerne so wurde das immer gesagt dem kann ich nicht zustimmen wenn man sich das anschaut dass man darauf rein theoretisch komplett zocken kann wenn man will das hat halt auch nichts mehr mit dem typischen weil es ja auch atom course bezeichnet wurde das hat nichts mit intel atom zu tun wie wir es aus einem netbook von vor zehn jahren kennen das ist halt unvergleichbar eine sache habe ich fast vergessen ihr könnt natürlich nicht nur dafür sorgen dass zum beispiel ein spiel auf den e course läuft sondern ihr könnt auch sagen dieses programm soll immer auf den p course laufen oder dieses programm soll immer auf den e course laufen einfach immer dann die kompletten p course auswählen oder die kompletten e course auswählen für den speziellen prozess was auch immer dann ihr verwenden wollt ob das benchmark ist ein tool im hintergrund oder was auch immer weil ich habe die zwölfte generation zwar jetzt ausgiebig getestet fürs review aber natürlich nicht im alltag also ich habe im alltag immer noch mein projekt unvernunft pc dementsprechend habe ich keine alltags erfahrung mit der zwölften generation und es kann schon gut sein dass es irgendein programm gibt was dann vielleicht nicht so funktioniert oder anders angesiedelt wird als ihr euch das vielleicht vorstellt und dann könnte man dem so ganz easy manuell einfach entgegenwirken das ist so gesehen echt ein cooles ding alles klar dann verabschiede ich mich jetzt hier mit dem video mit dem video